Ja, ich wollte mal fragen, was halten Sie von 10 Jahre ewig Knülle? Geiles Jubiläum, absolut gerechtfertigt auch, schon so lange zusammen, gute Truppe, auf die nächsten 10. Dankeschön. Hallo, was sagen Sie zu 10 Jahre ewig Knülle? Ja, das ist ein bisschen wie Leon. Was sagen Sie zu 10 Jahre ewig Knülle, 10 Jahre, Jubiläum? Ich nehme diesen Preis nicht an, ich verabscheue ihn. Sauber. 10-9 steht es. Komm, wieder vorne abstell, komm! Auf! Ja, Leute, bewegt euch mal, nicht zu viel! Möchtet ihr etwas zu 10 Jahre ewig Knülle sagen? Was wollt ihr? Das sind jetzt hier, äh, ne, dieses Jahr, das sind jetzt hier Aufnahmen für den Kinofilm, der bald hier in diesem Uferpalast stattfinden wird, also nächstes Jahr irgendwann, wenn er mal fertig ist. Was sagen Sie zu 10 Jahre ewig Knülle? Super, solange es bestehen, da muss man wirklich drauf stolz sein. Das ist eine Leistung. Ich sage mal Footloose dazu. Footloose? Oder Footloose, damit man diesen Film auch finanzieren kann. Ja, das ist ja das schon die Polizei, die uns vor unseren Fans schützen muss. Ja. Ja, ewig Knülle hat Auswärtsspiel, Sie sehen hier, Großeinsatz. Ja. Dahinter ist noch ein Zivilbulle. Ende des Films.